Hier spricht Liefen. Thomas Liefen. Erinnern Sie sich an mich? Thomas! Alter Junge! Das ist ja eine Überraschung. Sind Sie in Berlin? Ja, ich bin bei der Gestapo. Wirklich? Na gratuliere! Da sind Sie am richtigen Platz. Einen Moment, Bodo. Ich sagte, dass ich hier bei der Gestapo bin, aber ich bin nicht bei der Gestapo. Ich bin das Opfer einer Art Missverständnis. Aber Sie als alter Freund könnten mir helfen, deshalb rufe ich Sie an. Ja, ich wünschte, Sie würden sich etwas deutlicher ausdrücken. Bodo, vor ein paar Jahren in London hatte ich die Gelegenheit, Ihnen aus einer etwas unangenehmen Situation herauszuhelfen. Jetzt könnten Sie sich revanchieren. Ja, gern, aber wie? Ich werde hier von der Gestapo festgehalten. Soll das heißen, Sie sind verhaftet? Offen gesagt, ja. Tut mir leid, mein Junge, aber wenn er so ist, kann ich gar nichts für Sie tun. Aber Bodo, Sie sind meine einzige Hoffnung. Ich kann mich da unmöglich einmischen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und wenn Sie unschuldig sind, wird Sie das bald herausstellen. Alles Gute. Heil Hitler.